Long-Covid, verwendet man die Definition des britischen NICE-Instituts, ist ein Überbegriff. Er beinhaltet sowohl die anhaltende symptomatische Infektion, die einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen nach der Akutinfektion umfasst, aber eben auch die Post-Covid-Symptomatik mit einer Symptomdauer von über zwölf Wochen nach der Akutinfektion. Wichtig ist, die Symptome können zum einen in der Intensität im Verlauf fluktuieren, können seit Akutinfektion bestehen oder aber auch erst im Verlauf nach Infektion neu hinzukommen.